Hey, Taro! Ich? Achso, sag das doch. Hab ich doch, Mann! Du wirst mich veransinnig! Yay! Gib, 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 gib! Inkompetent! Hallo! Und herzlich willkommen! Willkommen! Zur nächsten Folge, Mann! Nein, zum Glück gar nicht. Nein, warum, hä? Warte. Sind wir wieder lustig heute! Okay, lass uns erstmal weitermachen, wenn du mich wiederbelebt hast. Wenn du mich wieder wiederbelebt hast, ja? Achso, achso, hier. Ach, das war das falsche Streit. Ach, das war das falsche Streit. Schurt, ey. Öh. Wie bezeichnet du dich? Das... Fiegt dich. Es verlebt mich wieder, Mann! Danke. Ach, sind wir lustig, ey! Oh, ja! Ha, 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 ha! Es ist gut, jetzt. Haben wir es dann jetzt, oder was? Ach, das ist so sch... Was? Na, ha, 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 ha! Bist du ein Lappen? Mach den Zaubern nicht! So geht das hoch. Baby, tonight! Hä? Ja, genau. Mhm, aber ich bin ein Lappen, richtig? Ja, du bist ein Lappen. Warte, wir gehen überhaupt noch mal wieder belegen. W-A-Lehrtaste. Das ist, glaube ich, der komplexeste Zauberling es hier in diesem Spiel gibt. Warte, ich hab doch noch ein Lappen eingestellt. W-A-Lehrtaste. Oh, sorry. Ey, nicht aufmucken hier. Du warst schon sicher. Ich Uptisf 숨bare,ARत, gar. Fett. Boho-ho, ha! Wär ich? Ich, dann gibt's dir recht. Dank, klar. Du bist fett, ja? Hm. Hä? Wo macht er denn den Zauber nicht? Das ist echt leicht. Achso, ja, okay, glaube ich. Ich wollte echt Eis wirken. Ich weiß nicht was Sorry Ich kann es mir nicht erklären Ne Boah, wir sind hier übrigens Nein Boah, war das knapp, du, ey Ofen Ich will einen Ofen Ofen Nein, du machst das kein Fond Krieg dich ins Knie Hier, ich heil dich auch Danke Nein, nein, lass mich Mann, oh, mach dir das denn nicht gescheit Oh Warte, ich kenne noch was cooles Ich benutze das Schild Ja Du wirst es niemals schaffen Ach man, die Sekunde zu spät Geh mal weg, du scheiß Schild, ey Gar nicht lustig Man sieht sich Jetzt will ich gerade verarschen Ich hasse dich, ey Abgrundtief Juhu Juhu Riesst du einmal was gegen, dann ist es gleich weg Ja Wuii Du darfst diesmal auch den Checkpoint aktivieren Verarsch Verarsch dich was Und sonst so? Alles bestens Achtung, Entdeckung Oh Mann, das war doch falsch Hör Nö? Oh, das wollte ich gar nicht kind of angeblich über die Krüger der Klammer letzten End und die Körperten mit den Minderhöhlen auch Kampfer hat er hat er hat er hat er hat er hat er jemanden Nein! Böse! Oh! Clever! Was ist hier los? Wolltest du Excalibur? Nö, nö, lass mal! Okay, erstmal nehme ich mir den hier. Ich brauche keinen Excalibur. Das kann mein Star of Life eigentlich. Revive! Geil! Warte, warte mal kurz. Ich warne dich. Da war gar nichts da. Schade. Sinn. Nö, jetzt ist alles gut. Guck mal, hab ich sie weggebrochen? Oh. Nein, das war in falsche Richtung. Lalalala. Hm. Warte, komm. Was bringt eigentlich Fett? Warte. Achso, ja. Kannst du denn filmen? Was haben wir denn noch? Oh Gott, ich muss Leertasten. Oh, guck mal. Ich wollte... War Absicht. Wir haben extra nichts gesagt. Ja, es war klar, dass das Minen sind. Ja, es ist echt klar, dass das Minen sind. Eigentlich hast du doch die Gummibärchen gegangen. Eigentlich hast du doch die Gummibärchen gegangen. Kannst du das? Hör auf. Hör auf jetzt. Einmal noch. Einmal noch. Okay, ich bin fertig. Ich warne dich. Hm? Mann, warum übernimmt der das eigentlich nie? Was übernimmt der nie? Warte, das. Achso. Ja, in Ordnung. Hab ich verstanden. Ah, brachen wir gegen einen Witzkönnen. Alter. Ich glaube, das hat ihr getan. Ich glaube auch, ja. Oh. hach. Upgrade, oh. Hör auf. Oh, da liegt eine Hand. Eine Hand. Eine Hand? M pianoo. Und knobla 결리ber, die ja die Hand hat. Wider nur ein Fuß. Aber okay, wenn das eine Hand ist, alles klar. Bei mir ist deine Hand. Jetzt ist die versunken. das ist totaler quatsch nee nee ich hab's auf video und du nimmst ich konnte ihn doch nicht einfach killen aha schlecht level geschafft außerdem haben wir jetzt den zusatzboss verpasst toll gemacht was haben wir verpasst die zusatzboss mein spaß und so setzen unsere jungen und kühnen reise von in sowjet magica elements der welt war der fesche flad der nie im leben ein vampire fesche flad als sie den fonds kogur wald erreichten wurde klar dass das böse bei fuß stand so ich würde sagen einer geht noch einer geht noch rein einer geht noch einer geht noch rein oder moment was nie doch ja ach so okay ja ja gute idee aber ne like fire ja jetzt hörte mal auf mich zu schließen aber ich kann nicht ich habe mich perfekt an den vorbeigezogen was willst du eigentlich schon mal da mann? warum bin ich eigentlich so langsam? oh da ist ein Zauber drin hey du hast mein Schild kaputt gemacht sorry nein das ist schießt der auf dich mal er wird übermütig ich habe nicht mal auf dich geschaut das hat er automatisch ich brenne äh schwitze äh bin nass und feucht meine ich das ist ja fast das gleiche ... grüßee Ich hab gehört ihr seid ein Problem. Ich bin euer Problem. Ach du bist tot. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. SPARTA! SPARTA FOR YOUR RAPER! SPARTA FOR YOUR RAPER! Was? SPARTA! Ich hab den Warhammer, weil ich noch nicht der Hammer bin. Oh Alter. Warum tust du's denn was? Das ist eigentlich so. Oh oh. Oh oh. Da ist ein Bomberman. Hä? Wieso bin ich erst weggeflogen? Belebe ich mal wieder. Da ist ein Bomberman zwischen jetzt. Aua. Hör auf mich zu killen, Mann. Wollte ich gar nicht. Was warst du auch hier rum? Ja mach halt nicht diese Rundumschläge, Mann, ey. Okay. Wusste ich aber. Kann ich nicht wiederbeleben. Doch jetzt. Okay. Pass auf. In dein Gesicht. Oh. Oh ich hab meine Knarre nicht mehr. Schade. Hä? Achso. Ne was? Ah so. Okay. Da, 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 da. Na. Vergessen wir, dass ich Leertaste drücke. Ohne. Das hab ich mich angezündet. ne was. Ah. Ah. Ah den kannst du nicht killen. You don't stay. Oh, der ist ja weg. Netter. Okay, lass mal versuchen nicht zu sterben. Ich möchte meinen Warhammer nämlich behalten. Achso. Jetzt gibt es voll einen in die Fresse. Ich sehe das so lecker. Nein. Oh, hi. Na du Nudel. Na, natürlich lieber den da fällt. Alles klar. Kein Spaß. Na, boah. Was hatte ich gerade gesagt? Ja, das ist cool. Das war keine Absicht. Das sagen Sie alle. Und dann sind Sie schwanger. Wie macht man nochmal diese Miene eigentlich? Ich weiß nicht. Ja, frage ich dich. Wann bin ich der Minenspezialist? Der hat eben. Habe ich gerade beschlossen. Google. Ich stecke ein Baum im Schwert. Äh, ein Spinnbaum im Schwert. Okay. ebenso mit uns zu suchen wo sich so ganz schwer da ein baum Prozent die Sonnenstrahl er ist bei mir kein Schwert hier sind wir haben ich habe gern er ich hätte gern ein Gramm Schwert es tut mir leid ich hab das alles nicht gewollt Ok Ok Guck mal jetzt her Aaaaaaah Das wollte ich jetzt echt nicht Schön Das Problem an diesem Spiel ist, dass die Strahlen einfach viel zu genau Und das ist eigentlich das einzige was ich benutzen kann, ohne einen Gubaden zu töten Ok, dann rede halt nicht über die Gangkampung hier Was? Ich versteh nicht, ich versteh nicht Ok, nichts, alles klar Ok, cool Hä? Äh Oho, jetzt fliehen sie Oi Das war ein bisschen zu weit Wieso hältst du den denn? Boah, hast du das gesehen? Nee Ok War aber geil Nein Achso Maa Boah Was war das denn? Das war der Hammer! Wie haut man überhaupt mit seinem Schwert zu? Das links geht Ok Wieso hab ich damit jetzt nicht getroffen? Oho 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 Alter, wie geil das sind will aus Boom Oho 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 Boah Becker Oben So Boah 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 Jormungandr. Jormungandr. So, ich würde sagen, das dauert ein super Plätzchen zum zum pausieren der Folge. Halt ich ja viel Gerüchte. Und nächste Folge weiterzumachen. Ups. Top. Büss. das nehme ich jetzt auch so tschüss 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 tschüss